Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zur nächsten Kanalvorstellung, heute auf dem Kanal TheKadiraLP mit der gewissen Note KittyPower, 23 Abonnenten, 847 Videoaufrufe Und wie es scheint, wird dieser Kanal von einer weiblichen Person betrieben, würde ich jetzt einfach mal vermuten, ich weiß es nicht, ich kann mich auch täuschen Naja, wir gucken einfach mal in die Kanalbeschreibung Hey Leute, auf diesem Channel findet ihr Spielspaß und Wahnsinn Meine Projekte sind noch in den Kinderschuhen, also bitte lieb bleiben Hier unten findet ihr meine Projekte, ich hoffe es ist etwas für euch dabei und nun habt viel Spaß Derzeitige Projekte, Nebenprojekte, geplante Projekte und beendete Projekte, könnt ihr euch gerne mal durchklicken Dann hier unten ein Link zu Steam, Kadiras Tuschel-Ecke, was das ist, weiß ich nicht, keine Ahnung Muss ich mich mal nach der Aufnahme durchklicken Und das Let's Play Form, es sind momentan voll viele beim Let's Play Form, die ich vorstelle, ne? Kann das sein? Hm, naja, egal Hier sind dann die Playlisten der einzelnen Let's Plays, was ist denn da so dabei? Hitman Absolution, habe ich selber schon gezeigt, sehr geiles Spiel Call of Duty Black Cox 2 Devil May Cry 5, das kenne ich jetzt nicht Scheint aber auch so eine Art Shooter zu sein Hier unten die Subbox, verlinkt mit 6 Kanälen Pornogames auf YouTube, hm, nur bei mir Cool, auch nicht schlecht Ja, gucken wir mal, ähm, vorbei bei den Videos Da sind die Uploadzeiten relativ regelmäßig, also 4 Stunden, 1 Tag, 1 Tag, 1 Tag, 3 Tage, 1 Woche Also, da könnt ihr euch wirklich jeden Tag auf Videos freuen Das Kanal-Design, gucke ich mir jetzt auch mal an Das finde ich eigentlich ganz cool Muss ich sagen, also hier links mit dieser Ich weiß nicht, was, ich weiß nicht, wie die Wie der Charakter heißt Sie auf jeden Fall Keine Ahnung, das finde ich aber ganz cool Dann hier eine Kettensäge Hm, hm, hm Schlecht Dann hier unten noch ein Kopf Ja, hier geht das Rote ganz gut in Schwarz über Ich meine, ich bin jetzt kein Experte für Kanal-Designs Aber ich glaube, der Übergang Bezeichnet, oder den Übergang Bezeichnet man als gut Also, das Kanal-Design kann sich wirklich sehen lassen, super Selbstgemacht oder nicht Das ist eigentlich egal Ähm, ja Und wenn ihr jetzt auf den Geschmack gekommen seid Von TheKadiraLP Mit der gewissen Note KittyPower Wenn bei den Projekten etwas für euch dabei ist Dann abonniert sie doch Unterstützt sie mit Kommentaren und mit Likes Und ja Dann würde ich sagen War es das von der heutigen Kanalvorstellung? Nicht vergessen Morgen kommen ja zwei Also ich versuche wirklich Samstag und Sonntag Dass ich da so im Rahmen Die Kanalvorstellung hochladen kann Die anderen Let's Plays Kommen wie gesagt Nicht mehr nach dem Uploadplan Für die, die es noch nicht mitbekommen haben Ich habe das Video auch links unten Immer verlinkt bei meinen Videos Dass ihr nochmal nachschauen könnt Und ja Das soll es gewesen sein Von TheKadiraLP 24. Kanalvorstellung Mittlerweile Hätte ich niemals gedacht Dass sich so viele Leute bei mir melden Finde ich wirklich klasse Und ja Dann sehen wir uns morgen Zu zwei frischen Kanalvorstellungen wieder Bis dahin Euer HSPLP Bis dahin Bis dahin Bis dahin Bis dahin Bis dahin Bis dahin Bis dahin